Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Zeit für Freunde mit unserer lieben süßen Lea und wir verbringen hier einen wunderschönen eigentlich romantischen Urlaub mit Maurice Maurice ist gegangen dann haben wir einen romantischen Urlaub mit Was machst du da? Haben wir einen romantischen Urlaub mit Hans dann gedacht machen wir und der ist dann auch gegangen und jetzt haben wir Felix eingeladen und hoffen, dass er wenigstens mit uns hier ein paar Tage bleibt naja So, dann machen wir noch hier so ein gemeinsames Foto wie hier im Urlaub und können doch einfach Achso, Eilern abzuhängen, genau und dann hänge ich einfach mit dir da ab und mache natürlich auch das Feuer an So Schön in der Wildnis, einfach gemütlich Nachdem wir uns alle anderen verlassen haben, hoffe ich wenigstens, dass er bleibt Und lass dann Dann erzähle ich einfach mal eine Kuselgeschichte Und er flirtet immer noch mit uns Er flirtet immer noch mit uns Er flirtet immer noch mit uns Ich fass es nicht Ähm Okay Was ist denn das? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Bist du schon wieder krank? Du bist allergisch auf Wildnis, oder? Du siehst in Ordnung aus in deinem Gesicht. Kannst du irgendein Instrument oder so spielen? Du kannst ein kleines Klavier. Oh mein Gott, es ist aber auch echt einfach so mies, dass unsere Liebsten, mit denen wir extra eingeladen haben, einfach jetzt abgehauen sind. Ach ja, und sie will ihn immer noch anschnauzen, obwohl sie super glücklich einfach war. Ja, ich verstehe die Beziehung zwischen den Weinen halt auch nicht. Wirklich. So, dann lass uns doch einfach mal in die Sterne schauen. Da ist das Schildkrötenzeichen, da die Ameise. Und damit du auch hier bleibst, füge ich dich nämlich mal zur Runde hinzu. Nachdem die anderen beiden einfach gegangen sind. Voll schön, der Himmel. Da ist der Polarstern. Ja, küssen will ich dich eigentlich gar nicht. Und, ah, lass uns doch hier so ein paar Würstchen machen. So ein paar Marshmallows. So, ich quatsche noch ein bisschen mit dir und dann lass uns zusammen hier... Na, du freust dich, dass du mit einer süßen Frau, bis sie sich die ganze Zeit juckt. So, gut, er macht das halt so. Hast du dir da auch noch ein Marshmallows, das sieht so aus, als... Sie wird total schnell krank. Kratzig wegen Krankheit. Das fühlt sich an, als würde eine unsichtbare Insektennahme über den gesamten Körper von Leak marschieren. Eine Gitarre in seinem Inventar besitzen. Können wir uns hier nicht irgendwo... Ist das da, der stand? Und, ähm, Zubehör kaufen. Okay, Campinginformationen, nee. So, okay, das müsste ich dann hinlaufen. Habe ich jetzt, okay, das zu? So. Das ist auch so süß. Ich hoffe, er bleibt wenigstens. Eigentlich hat er hier keine Arbeit. So, warte, abhimi. Aha. Ha. Khonshu-Mitzel-Paguna. Hu-Tapai-Blurid. Ah. Gürgazenz. Hishinoy. Drew. Harbiné. Ha. Hana-Dend. Vadish. Lauf-Janga-Naswebla. Oh, Zagu-Worba. Also, Sonnenrat. Brennen, da mache ich nochmal eins drauf. Noo. Ja, wir könnten ihm natürlich auch einfach sagen, dass wir mit ihm nur gefreundet sein wollen, aber ja, wir wissen es ja auch noch nicht so genau. Wir könnten mir einfach mal gestehen, dass wir uns irgendwie angezogen fühlen. Kapow, yeah! Okay, er findet unseren verrückten Kleinen toll. Die möchte gerne mit Felix rumschmussen. Aber das kann ich doch eigentlich erst dann, wenn sie sich geküsst haben. Ich könnte ihn knuddeln. Bleib doch hier, du gehst jetzt. Du knuddelst ihn. Du, du knuddelst ihn. Nein, du knuddelst ihn. Knuddeln ihn. Wir knuddeln ihn, definitiv. Es ist einfach so... Es ist so romantisch am Feuer. Ja. So, vielleicht hilft so eine Dusche, dass sie sich dann besser fühlt. Oh mein Gott. Es wird auch langsam schon wieder früh. Gut, ich kann nebenbei noch mit ihm reden. In so einem Monat kommt man sich halt näher, wenn es halt einfach nur freundschaftlich ist. Also sind ja echt die besten Freunde, die es einfach gibt. Okay, das war jetzt so peinlich. Eigentlich wollte ich jetzt essen, dann können wir... Wir müssen echt mal schlafen gehen. Aber er will ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob er schlafen gehen will. Geht er jetzt schlafen? Bleibt er echt hier? Nee, da hat sich was aus dem Kühlschrank. Würdest du dein bisschen nicht grillen und essen? Stimmt, wir sind in der Mädelsgruppe. Okay, irgendwas ist da gerade vorverbackt gewesen. Aber springen wir einfach ins Bett, nachdem wir auf der Toilette waren. Dir schmeckt's. Dir schmeckt's, dir schmeckt's, das ist schön. Und ich hasse meine Leute, mit denen ich eigentlich eine Beziehung haben möchte. Ja, nein. Nur mein bester Kumpel, der lässt mich nicht im Stich und geht mit mir in Urlaub und macht mit mir Urlaub. Dass ich nicht ganz alleine bin. Oh, das ist echt enttäuschend. So, dann spring ich nämlich ab ins Bett. Und dann schlafen wir uns jetzt richtig aus. Ich hoffe, er bleibt hier. Okay, er liegt da. Der ist anscheinend überhaupt nicht müde. Willst du nicht mal schlafen gehen? Der ist anscheinend echt nicht müde. Jetzt geht er ins Bett. Nee, er macht nur Niggerchen. Selbstsicher, weil er ein unglaubliches SMS geschickt hat. Also, da die beiden auch. Wie schnauierst du? Oh, süß. Lasse ich hier gemütlich meinen Obstsalat. Und ziehe mir dann schöne Kleidung an. Uh, wir könnten wandern gehen. Warum nicht, oder? Haben wir noch ein paar Teile? Oh ja, das ist ein cooles Outfit. Felix? Ich weiß. Ich weiß, was weiß ich nicht, wenn du das was wirst. Also, ich weiß ja, das ist einfach nicht weg. Ich weiß nicht, was weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er lernt. So, dann gehen wir ein bisschen wandern. Wie heißt die? Anita, okay. Okay, wir gehen wandern. Wie ist die jetzt da hinten dann hin? Ach nee, du laust einfach nur rum. So, ich muss mal ein bisschen vor. Frische Luft, wegen Wandern. Es gibt doch nichts besseres, als die Lungen mit reiner Waldluft zu füllen. Felix ist wenigstens noch da. Dann lass uns doch... Kann ich hier noch was anderes gemeinsam machen, außer dass dieses Hufspiel... Da können wir dann mal gucken, was wir noch an Zubehör kaufen können. Guck mal schnell hier rüber. Perfekt. Das kann ich doch bestimmt... Oh gut, ich kann's aussuchen. Ähm, Basilikum. Bengel kann ich kaufen. Bücher. Noch ein Bett. Kartoffel. Ähm, 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 ähm. Ähm, ähm, ähm. Oder wir holen uns... ...ne Simi... ...ne Geige. Wir holen jetzt einfach mal eine Geige. Aha. Und dann gehen wir wieder zurück zum Urlaub. ...s Ziel. Und machen... ...hier mal... ...das an. Ähm, ähm... Jäềbihorm. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Proud! Juhana! 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 Das war's.